Na, und? Wie soll man da überhaupt mit dem Yoshi durchkommen? Wie soll man da überhaupt mit dem Yoshi durchkommen? Scotty, beam me up. Ja, ich hatte... wir hatten das erst ein oder zwei Mal. Weiß ich schon gar nicht mehr. Apropos Yoshi, uns fehlt immer noch der Secret Exit auf der Brücke. Eure mich nicht daran! Ich lasse das erst mal. Oh, eine Weltkarte. Er dreht völlig durch. Beruhig dich erstmal. Ah, eben eine Beruhigungstablette. Hab zufällig doch keine dabei. Oh, schade. Jetzt die Frage, oben oder unten? Unten. Oder... Brennt! Oh, oben. Oh, oben. Na, Kasse. Supers. Jo. Der Rückner! Ich wollte gerade sagen, die vier Münzen waren jetzt gerade dein Untergang. Die waren jetzt. Jede Münze ist wertvoll. Das stimmt. Oh, das wird immer besser hier. Jede Münze ist wertvoll. Scheiß auf die Münzen! So klar. Oh Gott. Wie lange ist das Level? Ach du Scheiße. Oh. So. Oh, man hat einen Lantel hoch. Mountain Agro. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Lauf! Ja. Boom. Endlich. Ja, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Geisterhaus. Oh, 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 oh. Ach, ich bitte dich. Geisterhäuser? Ja, wie ich sag's. Wie ich weiß. Ja, natürlich. Was? Ich liebe Geisterhäuser. Valley Ghost House. Ich will ja nicht, äh, stören, aber bis jetzt... Okay, ich hasse es jetzt schon. Was sind das für Grüne? Einfach irgendwelche ekligen grünen Dinger, die mir Schaden zufügen. Und, wow, mich töten. Oh, oh. Oh. Das sieht ja lustig aus. Aha. Wart mal. Ah, ich schwecke. Stern. Da war ein Stern. Stern? Jetzt ist er. Nein, 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 ich schaff das nicht mehr. Egal. Oh, du bist wieder am Anfang. Egal, wieder ein Pilz. Hauptsache. Ich war mir sicher, dass ich gesprung... Also, warte mal. Ja, meine Taste, die gibt zu. Ah, jetzt komme ich wieder in die Taste. Ey, mein Gamepad ist ein Film schuldig. Ja, ja, sowieso. Ist immer das Gamepad. Dann ist auch das... Pischen schuldig. Nichts dämlich. Nichts dämlich. Das ist alles. Nein, wenn das geplant ist. Das ist all day stuff. Lauf! Nimm die letzte, nimm die... Oh, damn it. Ne, ich glaube, das geht auch gar nicht. Ah! Was ist denn los, Gann? Ah! Warte. Ich mache das Level nochmal. Nimm mal einen anderen Weg. Die linken. Oh, das geht. Oh, das geht. Dau. Super. Perfekt. Gibt es überhaupt einen Secret Exit? Ich glaube nicht, ne? Könnte sein. Direkt zum Schluss. Was? Mach und überleg's dann dann. Ja, das hab ich vor. Er kriegt ein Geisterpult. Oh, dafür könnte man das Ding gebrauchen. Das war... gelacht. Ah, ja. Hier brauchst du wahrscheinlich ne Feder um hochzufliegen. Oh! Ah, das kann gut sein. Sorry! Feather. Ja, ich weiß, dass die Feather... äh, Fe is. Wir dürfen das Ding auf die Yoshi gehen. Wird nichts passieren. Hier besser? Ah, ich hab nämlich gedacht, wenn da jetzt ne Feder drin wäre, wäre das möglich. Jetzt nehme ich den. Den zweiten, also den. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Aber nimm mal den dritten gleich. In der letzten. W- W- Was war das denn? Ja, scheiße. W- Was war das denn? W- 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 Wo ist das? W- Ha, ha. W- Rechts kannst du steuern, in welche Richtung die Münzen gehen, und dann musst du wieder eine Treppe nach oben bauen. Jaaaa! Also nach ganz oben? Ja, und dann musst du den P-Block drücken. Okay. Hm. Nee, das ging nicht mehr. Ach! First Try-Runde. Okay, das bringt ja nichts mehr. Ja. Beim nächsten Mal, wenn man jetzt nur anfängt, dann geht's. Oder man holt sich ne Feder. Und fliegt hoch. Oder? Es gibt n... Es ist gescheatet. Alles aus dem, der auftaucht, ist gescheatet. Fehlte noch ein. Äh, ein Joshi-Con. So. Und jetzt noch einmal, bitte. Der oberen Joshi-Con. Ja. Ja. Mit so einem, machst du's nochmal. Mit... Uuuuh, uuuuh, noch ein Bonus! Yes! Wow! Das war mal eine Runde. Hier wird noch ein Bonus geben. Habt ihr gar nicht. Weil ich 100 Sternenpunkte hab. Da gibt's keinen. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ich verstehe das Spielplan, ey. Das! Oh, ja! Ich verstehe das Spielplan, ey! gibt es keinen aber hier gibt es einen irgendwo ja aber da brauchst du ja schon das hatten wir ja schon analysiert nein das bringt so die bösen Erinnerungen ja ähm schon eine Weile her aber habe ich du bist doch wahnsinnig wer zockt doch KOL du mal wer zockt doch I wanna be the guy and I wanna be the fangame freiwillig ich äh freiwillig nicht du hast die Wette verloren vergiss das nicht ja I wanna be the guy aber nicht I wanna be the fangame das habe ich freiwillig gespielt hab's aber nicht durch ich komm nicht weiter kommt da so ein süßes Spiel hm das ist simpel ja ja das ist wie über One of the Guys in gekloppt ach One of the Guys rein ist auswendig ja oh wo komm Kugel wieder her bis zum Ende die äh Federbehalter könntest du mal könntest du das oder was doch mal versuchen das finde ich geil äh ja dann das selbst wenn man schon den Pils hat ist ja Pilsern wie nach oben gepackt und man den ja aber sagen wir es mal so zu 90% fällt der mal runter ja uns trotzdem ist es besser als ja oder es gibt oder es gibt bei einem Treffer ist auch die Feuerblume weg ja sicher so okay dann ist das Prinzip klar er fällt runter das war doof komm okay nein muss er sich da wieder was holen gehen ich glaub's nicht nein nicht holen gehen ich will den Sequel extra kriegen was und so begibt sich Luigi zurück in einem recht zügigen Tempo natürlich zügigen verstehe ich was anderes Wurter wie sagt ihm dass er geklappt ist ich weiß nicht aber bevor es fehlt noch das zweite Level da links oh ich hab ach ja stimmt hä stimmt könntest du mal mit deinen Schwungschunkungen aufhören so ach ne okay ja doch ja nein er geht zu Area 52 was naja boh ich hab sie ach weil ich schon mal hier bin nehme ich doch gleich noch ein Leben mit ein nö nur die Feder ich kann auch noch die Feder okay ach das willst du machen aber da kriegen mich keine zehn Pferde zu wozu? zu das äh der Secret accident auf der Brücke da weiß denn einer von euch wo der hinführt? nö doch ich weiß wo's hingeht oder doch weißt du wo's? einmal quer durch das ganze Wasser bis zu so'n Stern oder zu so'n Schloss weiß ich nicht mehr ach du Kacke da sind immer zwischen ich ne ich okay so ans sache ja dann behalte ihn Yoshima bis dahinten na würd ich grad sagen hat mir fehl und falls das geschaut dann kann er gleich noch in ein Geisterhaus äh das Ding jetzt nicht machen auch klingt gut an puh aber wow sowas von Disco Disco Pogo LING 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 ja ho hey wow ernst Sala wie lange dauert dass wir beim Traub saugen ja was saugt die da wow ah mein Yoshi wurde zu einem blauem Yoshi ein fliegenden blauen Yoshi grüner Yoshi digitiert zu blauer Yoshi ja oh das war jetzt einfach das war aber nicht der Sequel Exit hä nö WTF ja wo können es gibt nur damit der Exit wo ist der scheiß Sequel Exit Pogo Disco also die Viecher sind extrem nervig ich glaub ich hätte ne Vermutung wo aber den kannst du finden mach du doch du hast doch ne Feder und ach du aus Geisterhaus nö ja warum nicht kein bock ah ach außerdem hab ich grad nen blauen Yoshi ja fliegel und das kommt nicht immer vor ach stimmt wie lange hältst das eigentlich so lange bis Yoshi schlucken muss ja wie sieht das anhört echt das 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 war jetzt aber und Kunst Kunst wow das ist hey das ist das war professional ja ja mit dem Teil kommt jeder weiter nein glaub mir das sind Leute die schon wissen tja wir wollen jetzt auch von den absoluten Mega-noobs ausgehen ja wir jetzt auf auf Gedeih und Verderb den scheiß Exe äh Secret Exes finden ich glaub der ist ja irgendwo ähm ne der scheiß Panzer folgt mir bei diesen Ze... ich muss bei diesen Disco-Panzern immer an dann wird auf dich Bär denken Alter das ist das ist uncool das Level das ist auch schon nicht mehr schön das... das hab ich dir mal gezeigt ach schon ja ah gut oh da hast du es mir mal gezeigt ich muss mal sagen egal wie gut ein Spieler ist das... das schafft er nicht nicht schaffen ist übertrieben ey komm raus äh die Feder what the fuck ey genau versuch mal versuch mal da drauf zu kommen äh auf dem... Weg doch jetzt einfach da schaust du nicht dadurch ist man wie schnell mit der Zähne? mhm ach man ach man das wär auch zu cool das wär auch zu cool Mario digitiert zu... Mario in blau ha das wär das nicht der blau Mann ne dann wird er vom Klempner zum Handwerker juhu Mario ach kennst du noch die Mission vom Zahn... äh vom Klempner zum Zahnarzt kennst du die nicht mehr? Super Mario Sunshine kann sein ja der Art aber wo soll hin? oh mein Gott